Der Weg zum Ziel ist verraucht, es fängt gut an, Angry Röder ist wieder am Ausnahmezustand. Seht wie ich Silvester mit euch zur Legende mache, ich schau entspannt, Vitrine Talks in der Hängematte. Herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Heute gibt es die Dumm-Boom-Böller und die Dumm-Boom-Black Edition ist das genau. Das sind Schwarzpulver-Böller, also nicht mit BKS, das sind Schwarzpulver-Böller in Kategorie F2 zugelassen, ganz normal. Und die werden wir natürlich jetzt richtig schön testen für euch. Genau, los geht's. Machen wir gleich mal ein paar mehr. Ja, der Knall ist recht gut, muss man echt sagen. Deswegen gleich noch welche hinterher. Also für Schwarzpulver-Böller, muss ich sagen, sind es die besten in F2. Also mit Vorbrenner, ich habe kaum bessere gezündet. Und jetzt natürlich zum Schluss, das Video ist noch ein richtig schöner Böller-Kreis. Also ich muss sagen, die machen richtig Laune in Masse. Wie gesagt, mit den besten Böller in F2 mit Vorbrenner. Also Dumm-Boom-Black Edition, richtig zu empfehlen. Bis zum nächsten Mal.